Ich lerne Deutsch. Nummer 14.842 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Zahnschmerzen sind stärker geworden. Ich mache gleich einen Termin mit dem Zahnarzt. Die Zahnschmerzen sind stärker geworden. Ich mache gleich einen Termin mit dem Zahnarzt. Die Zahnschmerzen sind stärker geworden. Ich mache gleich einen Termin mit dem Zahnarzt. Das Fieber ist verschwunden. Du kannst morgen wieder arbeiten gehen. Das Fieber ist verschwunden. Du kannst morgen wieder arbeiten gehen. Ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad ins Büro und höre dabei Musik. Ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad ins Büro und höre dabei Musik. Ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad ins Büro und höre dabei Musik. Am Horizont erstrecken sich endlose Felder. Friederike hat eine ordentliche Handschrift. Ihre Handschrift ist gut lesbar und sauber geschrieben. Dies ist meine persönliche Meinung. Man kann das natürlich auch anders sehen. Was ist das da draußen auf dem Meer? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.